Ja, ich bin hier im Büro von Dr. Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag. Lieber Norbert, wir hatten gestern eine Videokonferenz mit kommunalen Vertretern, insbesondere aus dem Umfeld der Airways Spanggalen. Dort macht man sich große Sorgen um den Truppenabzug der Amerikaner. Präsident Trump hatte ja verkündet, dass aus Deutschland nicht unerheblich Truppen abgezogen werden sollen. Spanggalen wären massiv betroffen davon. Wie kam es eigentlich dazu, was der Hintergrund? Ja, also zunächst mal herzlichen Dank auch für die Organisation des Termins gestern. Ich finde das absolut wichtig, dass die örtlich-regionale Betroffenheit und die Außenpolitik-Dimension zusammengebracht werden. Also ich bin ja dafür sehr dankbar. Ich habe damit auch noch mal erfahren, wie enorm die wirtschaftliche Bedeutung dieser Airways ist und wie freundschaftlich seit über Jahrzehnten das Zusammenleben war. So, warum hat Trump sich entschlossen, all das zu zerstören? Was ist da vorgefallen? Ich glaube, es war seine reine Innenpolitik. Es war Teil seines öffentlichen Auftrittsretens zu sagen, ich werde unsere Verbündeten, die uns nur ausnehmen und nichts für uns tun, ich werde die bestrafen. Um sie durch Bestrafung zu zwingen, sich zu verändern und auch mehr Geld für Verteidigung auszugeben. Und damit wollte er populär sein und Punkte machen im innenpolitischen Wahlkampf mit dieser Bestrafungsmentalität gegen jeden und allen sicherheitspolitischen Sachverstand. Er wollte Deutschland bestrafen und hat aber in Wahrheit die sicherheitspolitischen Interessen Amerikas damit beschädigt. Es ging ihm ja erfreulicherweise auch mehr um Ankündigung als um Vollzug. Nun hören wir ja nach der Präsidentschaftswahl ganz neue Töne jetzt aus den USA. Der Kongress hat sich im Rahmen der Haushaltsberatung dazu geäußert, brechen jetzt ganz neue Zeiten an. Wird das zurückgenommen? Was ist da deine Prognose? Wie würdest du das bewerten? Ja, ich war mit dem Wahlsieg von Joe Biden, der da ist, der von Trump bestritten wird, aber er wird auch vollzogen werden. Joe Biden wird der neue Präsident, wir werden eine neue Administration bekommen. Ganz optimistisch und habe auch gesagt, das wird auf den Prüfstand gestellt. Weil im Kongress, übrigens parteiübergreifend, auch die Republikaner im Kongress, im Senat und Repräsentantenhaus, haben von dieser Rückzugspolitik nichts gehalten. Und jetzt ist es aber sogar in einer ersten Maßnahme des Kongresses schneller gekommen, als ich es auch gedacht habe, erfreulicherweise. Der Kongress, das Parlament ist auf die Bremse getreten und hat gesagt, das wird erstmal gestoppt. Und die Administration soll uns jetzt erstmal erklären, was der Sinn von diesem Rückzug ist. Und damit kann man, glaube ich, sagen, das ist der Anfang vom Ende dieses Rückzugs. Denn die Sachverständige-Einschätzung war immer die, wir sind mit dieser Airbase und anderen Truppenstützpunkten in Deutschland einen Ozean näher an den Einsatzorten der USA. Dort, wo wir sein wollen, aus sicherheits- und außenpolitischen Gründen. Wir wissen die Standorte in Deutschland, Rammstein, Spangdalen, absolut zu schätzen. Wir wollen in kein anderes Land. Das ist das Beste, was wir kriegen können in der Kooperation und übrigens auch in der Freundschaft mit der ortsansässigen Bevölkerung. Und das haben jetzt parteiübergreifende Republikaner und Demokraten geschlossen, sind auf der Bremse. Und jetzt müssen wir auch dranbleiben von Deutschland aus, um zu sagen, wir schätzen diese Kooperation und wir befürworten es sehr, wenn es bei dieser Tradition und Kooperation bleibt. Und wir überlegen aber uns auch, was ist eigentlich dann auch unser sicherheitspolitischer Beitrag, damit diese Kooperation eine Zukunft hat. Ganz konkret, was können wir tun, was kannst du vielleicht tun, damit die Airbase Spangdalen so bestehen bleibt, wie sie bisher verstanden hat, aus amerikanischen Interessen heraus, aber auch aus unseren Interessen heraus. Also ich bin auch durch das Gespräch gestern jetzt nochmal erinnert worden, dass bei meinem ersten Gespräch mit meinem neuen Amtskollegen im Repräsentantenhaus, Gregory Meeks, ein Demokrat aus New York, der der neue Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Repräsentantenhaus wird, ich habe ein Telefonat nächste Woche mit ihm und werde das als ein wichtiges Thema dort ansprechen. Ich werde sagen, wir wünschen, dass ihr bleibt. Das ist ein Zeichen auch jetzt einer wieder guten Partnerschaft, in einem guten partnerschaftlichen Geist. Ich werde es also in meinen Gesprächen ansprechen und thematisieren und ich glaube, das wird auf fruchtbaren Boden fallen. Und ich glaube, für die Amerikaner ist natürlich dann auch wichtig zu sehen, ja, wir wollen Partner von euch wieder, gute Partner sein. Aber sie werden uns natürlich auch sagen, wir wünschen uns auch, dass ihr gute Partner seid, dass auch ihr wisst, wir sind nicht mehr im Kalten Krieg. Der Kalte Krieg ist 30 Jahre vorbei. Deutschland muss jetzt auch partnerfähig werden, muss auch etwas einbringen, muss seinen Beitrag zur kollektiven gemeinsamen Sicherheit, die ja wieder ganz neuartig bedroht ist, leisten. Und das müssen wir auch klar machen und wir müssen auch unsererseits verlässlich sein, wenn wir Verlässlichkeit der Amerikaner wollen und schätzen. Ja, vielen Dank für deinen Einsatz und vor allen Dingen auch vielen Dank für das Gespräch. Ich danke dir sehr. Alles Gute.